hallo und willkommen zu einer kleinen runde von landwirtschaft simulator 2022 leute ich habe das spiel noch nie aufgenommen tatsächlich und das ist schon längere zeit draußen aber leute am heutigen tag werden wir spielen und ich soll hier gerade so ein so eine kurze turm soll ich hier machen okay zu deiner linken am rand eines feldes steht ein großer grüner mehl drescher gegenüber und berühre dort das ausrufezeichen okay dann machen wir das doch mal ja ich gehe hin okay dies ist eines der felder welches du zu beginn besitzt der darauf gepflanzte weizen ist praktischerweise reif und kann jetzt geerntet werden es wird zeitlich an steuer des mädreschers zu schwingen und die ernte zu beginnen okay das mache ich doch mal okay stehe ran ja ich weiß schon hier das muss ich dran ja gut ist dran ja ich weiß das kenne ich weil das spiel habe ich schon ein bisschen angetestet leute so okay das teil steht dann mal da ich muss kurz noch etwas machen irgendwie glaube ich leute wobei nee muss ich doch nicht okay wir gucken wir müssen mit rohr ausfahren nee drescher aufklappen genau ja und dann schneidewerk senken jawohl mit v leute ab der nächsten folge spiel ich aber den landwirtschaft simulator auch mit lenkrad ich will halt jetzt mal mit tastatur anfangen und mache jetzt aber erst mal los drescher anschauen jetzt bist du bereit für die ernte fahrer vorwärts ja ich weiß das weiß ich ja das sieht schön aus von innen die perspektive falls das spiel ein bisschen hakt das ist ja mal am anfang wenn ich das spiel gerade gestartet habe aber ich habe auch nicht den besten pc um es zuzunehmen okay ich gehe soweit ganz gut normalerweise gibt es aber unzählige dinge zu erledigen ja ist so in den helfern schon was ja und eine sache noch was heißt hier ganz gut das ist doch voll gut gewesen da muss ich ja erst mal die rahmen hier schon verscheuchen gut wir haben 99 99 99 94 ok ja ich soll in den traktor steigen ich kenne mich ja mit sowas aus jawohl das gewicht auch schon anhängen gewicht sinken nächstes gefällt alles grober sinken und los und los gut das ist ja voll geil ja ich bin gleich im nächsten gegrubberte felder sind bereit besetzt zu werden ja ich soll etwas säen ok und wieder das hinten ok sämaschine aufklappen ok saadweinweizen das kann doch nicht gesellt werden aber unsere maschine anschalten ok saad kann man die irgendwo auswählen ok stopp ja jetzt das ist gut ich muss ja erstmal gucken leute ah hier saadwein mit z gut kann das gemacht werden kann das gemacht werden ok ist ja gut zu dem ja ok das geht wir machen natürlich noch senken und es geht los jawohl das lässt er mich ja von ihm sieht es auch so geil hinten aus ok tapp ins nächste dann steige ich aus und gehe hier rein wenn der tank des dreschers voll ist oder auch vorher kannst du den geernteten weizen in den anhänger abladen springe in den traktor und kupple den anhänger an ja mache ich und ankuppeln dann muss da ja das rohr ausgefahren werden rohr ausfahren und jetzt helfer einstellen nein der helfer fährt das ja nur wieder ein ok dann leute würde ich sagen mache ich das zeug selber nein ach nein drescher anschalten mit b jawohl und jetzt mache ich das ja so so wird es gemacht nein nein jawohl ganz toll wird das hier gemacht ja das sieht doch ganz gut aus ja das sieht doch ganz gut aus so wird hier schön gemacht hier hier schön das schneidewerk auch hoch machen hinterfahren und vorfahren Leute nein das bin ich ja überhaupt nicht so so sehe ich nicht aus ich sehe nämlich nochmal anders hallo was macht der helfer denn da ach nee das machst du jetzt nicht wirklich ah jetzt fährt er hinterher ja sonst hättest du mich gewundert was der macht so absetzen und danke hallo nein und 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 ja so mache ich es zähne na ach genau hallo ich schneide weg jedoch ok jetzt geht's jawohl jetzt wird es gut gemacht boah vor allem wie detailreich hier ein hebel drei andere hebel ein paar knöpfe der zündschlüssel steckt da auch drin vor allem vor allem vor allem richtig richtig geil da helfer ja jawoll der macht das jetzt dann gleich einfach ziemlich geil aber stopp ich will nicht so viel geld verbrauchen ok damit fahr ich mal ein bisschen rum schon mal stopp das wäre perfekt ja wohl kein helfer drin dann kann ich jetzt gut hinfahren und einmal das hier machen ausfahren gut ich steige aus steige hier ein öffne die abdeckung bleib hier so stehen und mach das noch steige hier ein und jawoll das wird hier jetzt richtig schon eingeladen großartig ich soll den Weizen abliefern ok mach ich sofort so ich fahr jetzt weiter ne ich muss jetzt weiter so ja dann fahr ich doch mal los so wird hier schön hingefahren oder wie ich wie der wie schnell der fahren kann einfach mal 39 km so dann fahr ich schön hier weiter und fahre jetzt einfach zum ort wo ich hin muss dann ist es ja schon auch vor allem wie realistisch das aussieht hier auch von innen wie der dann genau lenkt wenn ich sie drücke ok dann muss ich einfach nur noch dahin fahren und zwar fahr ich ganz einfach und normal ich habe da nämlich schon mal Quatsch gemacht und bin durchs Tor aus Quatsch gefahren und bin dann stecken geblieben das ey das war so schrecklich ich habe das dann nicht mehr rausgekommen da war irgendwo so eine Toröffnung ich bin aufs Spaß da drei reingefahren und dann bin ich dazwischen stecken geblieben ich konnte mich halt nicht mehr bewegen wo ist denn das jetzt ach das ist sie noch gar nicht ja da vorne hört das halt von hinten ran wenn das geht wenn das nicht geht dann habe ich sie schon wieder irgendwie einen Fehler gemacht so da hinten ist es ja erst achso ich dachte es wäre hier schon so fahr ich ein bisschen rum ok ja ich bin in England ich darf hier fahren auf der Seite ne darf ich nicht ok hier ich kann es euch zeigen Leute niemanden überfahren natürlich so hier guckt da bei diesem Tor hier da das Tor hier da wollte ich so schön durchfahren und bin stecken geblieben mit dem Traktor das war wirklich toll also wirklich da bin ich nicht mehr rausgekommen ich muss das Spiel neu starten also habe ich den ich habe gerade schon gedacht jetzt passiert das zu mir nochmal aber nein ist mir zum Glück nicht passiert ich fahre noch ein bisschen weit hier so ok hier gehts lang und da sind wir dann auch schon angekommen ja die Abdeckung wird geöffnet ich weiß schon ich weiß schon ja das weiß ich ich muss hier rauf fahren und dann wenn der Finger drauf ist dann muss ich stopp i drücken jawohl jawohl und jetzt mal gucken wie das so läuft und raus 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 jawohl das Geld geht hoch das Geld geht hoch jawohl 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 das hätte ich dann auch geschafft damit und ich fahre hier rauf und ich fahre hier rauf weil ich nicht stecken bleiben will stopp nein 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 jawohl hier raus lenken jawohl jawohl gut dann fahre ich hier lang so also einfach in die Richtung ok ich fahre aber mal schön auf die Straße jawohl da hinten ist noch so eine Markierung da fahre ich mal hin ok einfach ganz schnell Moment hört man das? das hört man nicht mal ach so null ich dachte O ist das aber O ist einfach ein nächster jawohl hier einfach durchfahren und hier hoch und eine kleine Abkürzung nehmen jawohl ja das schafft der Traktor mit 16 16 16 das ist ja nichts das ist ja nichts jawohl und komm fahre hoch und jetzt einfach hier außen rum und noch mal weiter drauf zu hier lang und aufpassen jawohl jawohl dann bin ich hier irgendwo in nirgendwo gelandet ich bin hier in nirgendwo gelandet ich bin hier in nirgendwo gelandet ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe nichts hier gehts raus jawohl ich bin auf der richtigen Route da hinten ist es ich bin gar nicht so weit weg ja jetzt habe ich die Wahl Straße äh Land aber ich habe eh schon Land genommen also der ist jetzt die Spechelstraße jawohl hier fahren wir schön raus jawohl und jetzt fahren wir hier einfach durch ich weiß zwar nicht wem das gehört aber der dem so ein Feld wird ein bisschen zerstört dem das Feld gehört ich fahr nur ein paar Pflanzen runter mit die ich schneller komm ok dem lasse ich aber sein Feld hier nee komm das ist so eine Abkürzung damit wenn ich sofort ok ok wir sind schon mal an unserem Ziel sehr nah ultra nah ich fahr eher dieser gut 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 einfach die durch komm komm ok da kommt man nicht weiter dann fahr ich einfach hier rum hier rum hier rum hier rum oh ja ich fahr richtig ich fahr richtig aber ich würde erstmal sagen das war es mit der Folge wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Abo und Like da bis zum nächsten Mal und ciao ciao ciao